Ach, das ist grün, okay. Ne, ne, bleib mal weg. Jut, der ist hier nebenbei. Jetzt nehmen wir grad mal ganz schnell zu, dass wir hier durchkommen. Das sieht aber gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich hab gar nicht mal. An Blöcken, an Bronzeblöcken, wo ist unser Bett? Da ist es. Okay, kommen wir von der Seite auch rein, kommen wir von der anderen Seite auch rein. Muss man ja wissen, wenn man rüber geht. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Jetzt ziehen wir uns aber gerade auch schon mal ein paar Klamotten hier. So, jetzt. Und das noch, perfekt. Machen wir das so, dann wollen wir uns ein bisschen äuseln. Und lassen unser Team da mal ein bisschen rumödeln. Hier liegt sogar Gold, hier ist gar kein Eisen. Wo ist denn der Eisenspawner? Müsste auch hier irgendwo einen geben. Ach, hier. Ja, also, ein bisschen blind dran vorbeigelaufen. So. Wir sind rot, ne? Ja. Dann ist ja alles in Ordnung. Können wir uns schon mal ein Pfeil holen? Oh, perfekt. Unser Team prescht da durch. Ja, nicht prescht, sondern prescht durch. Und das tun wir jetzt auch mal. Wir gehen jetzt auch mal hier in die Mitte. Okay, da links und rechts. Zu uns sind jetzt auch noch Eisenspawner. Das ist jetzt gut zu wissen. So, der ist ihn lieber. Ach, der lebt noch. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ach, das ist grün. Okay. Ne, ne, bleib mal weg. Jut, der ist ihn lieber. Jetzt nehmen wir gerade mal ganz schnell zu, dass wir hier durchkommen. Das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Perfekt. So will ich das doch haben. Erster Weg. Zweiter Weg. Und der dritte ist auch hinüber. Ein grüner soll noch irgendwo sein. Das ist wahrscheinlich noch auf Abwägen, ne? Sieht jetzt nicht so aus, als wäre der hier in der Base. Jut, haben wir auch schon mal ganz gute Arbeit geleistet. Das Team Grün komplett raus hier kloppt. Ach, ne. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen auf den. Ach, man. So was feige ist. Das nervt. Das ist richtig feige. So was mag ich gar nicht. Sollen sich da einfach stellen und es zumindest probieren. Klar, es ist ja nicht mehr die Mega-Chance, aber, äh... Probieren kann man es ja. Hätte ja sein können, dass ich noch ein halbes Herz oder sowas gehabt hätte. Ups. Und das wollte ich nicht wegziehen, sondern ich wollte das da hinpacken. Ach, crap. Mir fehlt nur noch so ein bisschen Gold. Ein kleines bisschen, damit ich mal einen ganz guten Bogen holen kann. Weil der eine, der ist immer... Also den man sich zuerst kaufen kann. Der ist immer nicht so bombastisch, sondern das ist einfach nur... So, 0815 Bogen. Jetzt mal ganz kritisch gesagt. Oh, ich brauche mal auch wieder was ein bisschen mehr zu futtern. Blau ist doch auch schon raus, ne? Dann latschen wir auch jetzt allweil zu blau. Oh, crap, 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 crap. Ist jemand hinter mir? Ja, irgendwo ist hier jemand. Ah, der ist gelb. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei blau, ne? Ja. Was soll denn hier jemand sein? Ach, da oben. Moinsinn. Nervt mich jetzt aber schon ein bisschen. Der macht einfach nur eine Boss-Bärme. Nein, 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 nein. Och, Mann! Dieser Armleuchter. Ja, gut. Ähm. Und dann sehen wir jetzt erstmal zu, dass wir uns wieder komplett ausrüsten. Haben wir auch diese Runde noch gar nicht so oft gemacht, weil es relativ gut lief. Ach, der gibt's mir doch. Schnubbelst mir das. Okay, scheint gerade nur so ein bisschen rumzupacken. Ach, die Runde ist schon sofort gewonnen. Ja, dann. Wollte ich mir gerade noch ein bisschen was zu futtern. Und dann war's das ja schon. Ist ja easy. Sind wir ganz gut durchmarschiert. Gut, weil der Bogen kommt. Ja, ich hole mir jetzt nochmal eine komplette Ausrüstung. Wer weiß, wie die letzten beiden sich da verschanzt haben. Wahrscheinlich sind das die bei blau. Könnte ich mir jetzt richtig gut vorstellen. Warte, gucken. Ach, die anderen Ausrüstung brauche ich auch nicht. Ach, ja, super. Na komm, der andere verlässt da jetzt auch noch bestimmt das Spiel. Na? Na? Der ist doch 100 Pro hier. Das kann doch nur der sein. Oder täusche ich mich da jetzt? Aber ich glaube das eigentlich nicht. Das ist jetzt der hier nicht wahr. Da, da oben ist auch irgendwer. Ist ja gerade mal runtergestürzt. Ja. Da ist definitiv einer runtergesprungen. Ja gut. Ne, kann ich eh nicht mehr schreiben. Ist eh schon... Oh doch, hätte ich noch schreiben können. Egal. War aber auf jeden Fall eine gute Runde. Wir haben ein Bett weggesnackt. Und, ja, vier Leute gekillt, ne? Das war gar nicht mal so schlecht. Und das war echt eine schnelle Runde für so einen großen Map. Gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich mit einem Daumen nach oben freuen. Hilft mir immer sehr. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns die Tage wieder. Bis denn. Haut rein. Ciao.